Heo Leute ich bin wieder euer SygoDTP ich dachte mir jetzt mal ermählich für diese drei Projekte ich kann so glauben habe jetzt mal ein Let's Play Aufnahmen Rändern hochladen Plan zu machen Nein diese Plan soll jetzt darstellen wann ich was hochladen am Untertitel gibt es Amnesia am Dienstag von Nomra am Mittwoch gibt es dann wieder Amnesia am Donnerstag geht es dann weiter mit Dead Space am Freitag geht es dann auch weiter mit Venomra und am Samstag dann weiter mit Dead Space und am Sonntag wird dann weiß ich was kommen also so wird der Plan jetzt für diese drei Projekte aussehen und ich glaube falls sich als der Projekt hier verabschiedet hat werde ich ganz sicher wieder ein neues eingefügen und zwar da wo gerade dasjenige Projekt ist was gerade eben zu dem Moment dann abgeschlossen wurde das heißt dann werde ich auf den Plan noch mal verinnern da werde ich noch mal weil ich wahrscheinlich noch mal ein Video wie das das gerade eben hier noch mal rausbringen und dann werdet ihr auch schon sehen okay das weiß ich aha Penumbra ist jetzt vorbei und jetzt geht halt eben weiter mit Penumbra zu der 2 jedenfalls wird es auf jeden Fall machen ja so was ich nochmal anquatschen kann anquatschen kann genau äh Dead Space 2 ich weiß es nicht so recht eventuell nichts zu spielen denn es mein Holzpc schaffen wird auch mit der Aufnahme wenn ihr das schafft dann könnt ihr euch sicher drauf freuen aber das werde ich mir dann auch auf Steam holen weil ich muss ehrlich zugeben ich will nochmal am nächsten Abitur auf Steam leider und das tut mir auch Herster Beliefs leid also das war's dann auch schon wieder denke ich mal und ja wie gesagt Änderungen sind vorbei also bis dann Leute Tschüss